Ja, das finde ich auch gut, dass jetzt auch die anderen Spieler auf der Minimap angezeigt werden. Boah, das heißt auch, dass sie auf der Minimap halt angezeigt werden, finde ich gut. Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass nicht alle Spieler, oder fast alle, oh scheiße. Wie man über die kleine Schwelle nicht rüberfahren kann. Dass nicht alle Spieler hier auf der Minimap sind, sondern nur 8 oder so.